Willkommen zu Jolly Watchers Laguna. Die neueste Welt. Und wir sehen hier gleich verdächtige Einkerbungen und Löcher. Das ist eine Duplone, die einzige Währung, die in Jolly Watchers Laguna akzeptiert wird. Ich kenne eh keine andere, von dem her ist mir das schon recht. Würde man sagen, ich gehe gleich zu Beginn hier hoch. Da komme ich dann noch ein Kazoo oder was? Hier gibt es glaube ich auch nichts. Denn mit Mumbo gibt es eine einzige Sache hier zu tun und das ist nicht viel. Da sind auch noch Duplonen drin. Mumbo ist Schädel. Gab es hier nicht noch irgendwie einen Hinterausgang? Ah, man sieht den Riss schon. Man sieht ihn schon. Nur auf die richtigen Eier wechseln. Nur mit den richtigen Eiern kommt man hier voran. Was haben wir denn hier noch so gehabt? Irgendwelche weiteren interessanten Subjekte. Ihn hier zum Beispiel. Hi. Diesen Ausruf. Ah. Widerstandsfähig. Diesen Ausruf kennen wir aus Banjo-Kazooie, aus dem Level mit dem Boot. Was die Bucketway. Das mit der geilen Musik und den unfairen Rätseln. Hallo, dich kenne ich auch aus Banjo-Kazooie, aus dem Sumpf. Hey, was soll ich nur tun? Worum geht es tipptopp? Mein Kleiner, er ist 32 Wochen überfällig. Kannst du mir helfen? Setze ich doch einfach drauf und brüte. Ich bin ein Reptil und kein Vogel. Er sollte von alleine herauskommen. Ja, dann helfen wir dir. Mach einfach mal auf. Einfach mal aufmachen. Will nicht aufgehen. Bom. Das kriegen wir auf. Nein. Jetzt habe ich es aber getroffen, oder? Hm. Ich bin auch ein bisschen überrascht. Ich dachte, der redet mich jetzt nochmal an und ärgert sich, als ich versuche, das kaputt zu machen. Aber es ist scheinbar völlig Schnuppe. Na gut, dann halt nicht. Ich rede nochmal mit ihm. Er hat immer noch keine Einschalten zu schlüpfen. Ich mache mir wirklich Sorgen. Woher, weißt du, dass das ein Ehr ist? Wäre es besser, ich habe schon 19 Wochen... Was? 19 Weibchen hat er wahrscheinlich gesagt. Oh, du hast wohl ziemlich weibliche Spermien. Ähm, da oben in St. Gita, da kommen wir auch noch irgendwo anders rein. Gut, wir müssen hier einen weiteren Move kennen, bevor wir dieses Ei dann doch tatsächlich ausbrüten können. Wundert mich, dass man Schildkröteneier als Vogel ausbrüten kann und hier in diesem Fall eventuell sogar muss. Wo habe ich denn einen Globo her? Der ist von draußen, ne? Ich muss eigentlich den von hier in der Welt noch finden. Aber das werde ich dann sowieso schon. Deswegen mache ich das jetzt einfach so und entwende ihn quasi. Ja, ich spreche ihn doch an. Jetzt ist eh wieder immer dasselbe Gespräch. Das kann man schönerweise ein bisschen abkürzen. Wir sind Sauberwesen ergeben. Ah, ich rede immer anders. Aber das kann man sich auch nicht so gut merken, wie man die immer gleich schredet. Natürlich, wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Was wäre für eine Mumbo's Tasche? Das ist doch eine Tasche. Das ist ein Topf. Ein Blumentopf. Mhm. Mit einem Diätgürtel, wie ein Obelix anhat. So. Eine einzige Plattform gibt es hier. Mehr kann man mit Mumbo ja halt auch nicht tun. Einfach zu den Plattformen laufen und die betätigen. Total sinnlos eigentlich, dass er hier noch angreifen kann. Braucht man theoretisch gar nicht. Ein Teleporter, ein Barbfeld. Sehr schön. Das ist das einzige an Land übrigens. Da ist es wieder weniger schön. Moment, ich muss hier nicht weiterlaufen. Das mache ich dann gleich mit Bär und Vogel. Das geht ein bisschen fixer. So viel Wasser, ihr seht schon. Warum ist es eigentlich golden? Ist es immer golden blinkend? Kann ich mich gar nicht erinnern. Aber wird schon richtig sein. Hoffen das funktionieren. Sonnenlicht für sauerstoffhaltiges Wasser. Und somit kann ich eintauchen in diese blaue Brühe. Wo das eigentliche Level erst beginnt. Und der Horror seinen Anfang nimmt. Das reint sich. Und was ich reint, ist immer gut. Und wo großes Licht über Wasser erscheinen lassen. Wasser jetzt viel Sauerstoff. Bär und Vogel nicht mehr Luft anhalten müssen. Ja, wie gesagt. Das wird ein großer Spaß. Aber ich war ja vor dieser Welt zum Glück. Mich ein bisschen upgraden. Damit ich schneller schwimmen kann unter Wasser. Also schneller tauchen. Und auch doppelt so viel Luft platen. Was in diesem Fall jetzt gar nicht mal relevant ist mehr. Weil hier ist ja unendlich Luft dann vorhanden. Aber prinzipiell bei einem Wasserlevel hat man das dann ganz gerne. So. Böse Banjo. Gut. Mal sehen was wir noch so anstellen können. Es wird noch eine Weile dauern bis wir uns ins Wasser wagen. Denn da beginnt zwar erst das eigentliche Level. Aber vorher gibt es dennoch noch ein bisschen zu tun. Und das wäre zum Beispiel. Hier. Ah, ich bin falsch rausgegangen. Das war dieser Geheimausgang. Ich habe mal wieder seine Hütte kaputt gemacht. Ähm, hier ging es raus. Immerhin verklagt er mich nicht. Wegen. Zerstörung von Eigentum. Wir holen uns erst mal noch ein paar. Und den hier. Guck mal am linken Ohr kratzen. Mit der rechten Hand. Und dabei schön die. Moment, was ist das? Schön die Kabel hier durcheinander bringen. Da sind noch drei Duplonen. Da sind noch drei Duplonen. Ich glaube so zwei plus Duplonen. Kann man auch weglassen. Die wird man nie irgendwie kaputt machen. Äh, benutzen können. Kaputt machen. Das würde ich kaputt machen. Ich sehe zwar keinen Riss von hier aus. Aber ich weiß, dass das hier nicht geht. Da muss ich doch den Riss finden. Wo war der Riss? Der Riss war auf dieser Seite. Und nur da ist es auch wirklich verschädigt. Und somit aufzubrechen. Bams. Aber eigentlich total unlogisch. Schön. Ich muss, weil ich Benjamin auf dieser Plattform bin. Dann kann ich A drücken. Und dann kann ich mit Kazooie laufen. Dann mal hier entlang. Ich gehe ja nicht ohne Grund. Ich nehme Kazooie hier weiter. Ähm, was steht da auf? Tortifu Cave. Also irgendwas Englisches. Irgendwas Versautes. Ja, hier ist der Käfig, den wir gesehen haben von drüben. Wo wir aus Mumbo's Schädel rauskamen. Und ich habe genug Noten. Für den Kazoofu. Welches Stärke dir hilft jetzt nicht mehr? Zur Verteidigung halten die Flügel nun her. Drücke B und die Wirbels mit ihnen herum. So schickst du die Gegner ins Delirium. Das ist dann alles. Weggetreten. Aua. Königbruch. Ich liebe es, wenn das passiert. Das tut weh. Mit zu nicht vergessen. Dankeschön. Ach, die Soldaten. Immer zum Lachen. Zack. Die Häuser habe ich noch nicht besucht. Das kommt gleich. Ich hole erstmal das, was hier draußen so rumliegt. Das wollen wir ja nicht vergessen. Aber Kazooie ist ein bisschen sehr flink. So flink, dass sie manchmal sogar übers Ziel hinausschießt. Kann ich mit ihr allein dir ansprechen? Dann verkürzt sich so mancher Dialog vielleicht. Er wird wieder so ein kleiner Vogel. Was stimmt denn nicht damit? Sieht doch gut aus. Wir wollen schwimmen gehen, aber das Wasser ist verschmutzt und eiskalt. Na gut, das könnte aber etwas dauern. Du bist erstmal ohne Bär. Er mit seinen drei Armen. Mutant. Bring uns bitte in der Wassereinordnung. Axel hat mich letzte Woche reingeschubst, wie mir was mit meinem Arm passiert ist. Ich wollte eigentlich sagen. Danke. Ich bin tatsächlich etwas empfindlich, was das betrifft. Mutant. Er wollte nichts sagen, aber dann Mutant. Also Banjo hätte wahrscheinlich eh nichts gesagt in diesem Dialog, wie mir scheint. Aber witzig, dass das echt so ging. Ich hätte mal mit Banjo allein hingehen sollen. Jetzt ist das auch egal. Also würde ich sagen, ich hole mir noch ein paar Diplonen, die hier rumliegen. Geht das auch mit dem normalen? Ne, ich brauche die Boabierne. Sonst geht es nicht auf. Ach, da komme ich schon wieder noch hoch. Ich wollte eigentlich Duplonen. Mensch des Kinders. Was haben wir denn hier noch? Irgendwas Spannendes? Was zum Spielen? Oder Schokolade? Halt dich fest. Immer wieder dieselben Angstgegner. Die mir nichts können. Die aber eh gleich wieder nachwachsen. Also was soll's. In diesem Spiel stirbt keiner. Alles wächst wieder nach. Ist sofort wieder da. Total kindgerecht. Außer an den Stellen, wo die Leute wirklich sterben und alles total melodramatisch wird. Eine leere Honigwabe. War hier nicht noch irgendwas? Hier. Ich habe befürchtet, ich rutsche runter, aber das tue ich ja nicht. Okay, da geht es noch lang. Noch irgendwo. Ich will nicht ins Wasser fallen. Ich will kein Mutant werden. Zack. Komm ich da wieder rein? Ah, herrlich. Ach, nur für ein Schild. Ja, super. Schädel, Strand, Strand, Schädel. Das ist irgendeine Kombi. Schädel, Strand, Strand, Schädel. Kann man sich merken, oder? Zweimal Strand in der Mitte. Mehr muss ich nicht wissen. Oh. Lass mich mal ins Wasser gucken. Will ich da wirklich rein? Erstmal vielleicht nicht. Ah, da sind Duploden. Na gut, da muss ich rein. Ja, schön. Jam, jam, jam. Würde das Wasser auch von dem Zauber... Ja, sieht man ja. Ich habe keine Luftblasenanzeige. Folglich. Geht das für die ganze Welt? Der Zauber von Mumbo. Jam, jam, jam. Das ist lecker. Kam ich da nicht irgendwie rein noch? Später wahrscheinlich. Von einem anderen Level aus. Ach so, natürlich. Ich sehe das... Oh, bin ich dumm. Das hätte ich doch gerade machen können, wa? Wadi wa? Leuchtreklame. Ah, boah. Ich gucke hier noch rein. Das habe ich gar nicht gesehen gerade. Also will ich der Vorständigkeit halber noch mir angucken. Da ist bestimmt noch was Spannendes. Was zum Spielen. Oder Schokolade. An derselben Stelle sage ich. Demselben gibt es. Ist ja traurig. Nicht runterrutschen. Ah. Asui, du bist zu langsam. Zack. Geht doch. Müssen wir uns einmal noch mal hinhangeln. Ach, Moment. Das war ein Mist. Ich muss wieder hier hoch. Voll vergessen. Und wie man sieht. Das wollte ich eh nur beweisen. Der Gegner ist wieder da. Dem geht es immer gut. Jetzt mal einen Moment lang nicht. Denn jetzt ist sein Kiefer gebrochen. Mit einem starken Pieks in die Seite. Aber gleich geht alles wieder in Ordnung. Danke. Ja, lasst mich überlegen. Wo war das jetzt? Wo man noch was machen konnte. Was aufbohren. Mit der Kazooie konnte. Kazooie mein Bohrer. Kann ich auch sehen wo ich lande. Don't go. Und wo will ich jetzt noch landen? Ah, da. Das habe ich echt nicht gesehen. Kann nicht wahr sein. Komm ich da auch drauf bitte? Ich sehe nichts. Was? Ich habe total... Schlecht gezielt. Gut, wir müssen doch mal hoch. Das ist ja so spannend. Aber das kann man mit mir immer erleben. Okay. Ach so. Direkt darüber ist das. Das ist direkt nach dieser Pflanze. Das müsste man sich merken können. So ein Mist. Ich war in dem Loch schon drin. Mit dem Schild. Und direkt unten drunter ist es. Und am Ende bringt mir das wahrscheinlich eh nicht viel. Aber doch schön. Wenn man für etwas braucht und wenn man es dann schafft. Oh, das rutsche ich natürlich wieder. Also jemand der das Spiel kennt, der will das glaube ich nicht sehen. Der hält sich da die Augen zu. Nein, vor allem wenn es dann immer wieder passiert. Ich gehe ja schon freiwillig runter wieder. Aber spielt das Spiel mal selber. Es hat durchaus seine Qualitäten und er fordert einfach einiges an Skill. Auch bei so einfachen Sachen, die so einfach aussehen. Aber gar nicht mal so einfach sind. Ich weiß genau, dass ich hier wieder hoch muss. Diesmal habe ich dran gedacht. Zum dritten Mal. Für die dritte Sache zum dritten Mal. Nur, dass ich die ersten zwei Sachen schon beim ersten Mal geschafft hatte. Folglich mindestens einmal hier jetzt umsonst. Redundant mäßig den Weg entlang gleite. So. Na, ob das klug ist, das so zu machen? Hier drin bin ich schon mal wieder. Hallo. Nervenes Schild. Musst mich gescheiter umsehen können. Ah ja. So, genau. Dankeschön. War mir nicht so schwer. Ih, jetzt bin ich in diesem Ding drin. Oh. Müllbeseitigungsanlage. Oh, oh. Ich höre einen Shinjo. Das hat eine direkte Verbindung zur Grundtiefabrik, wenn ich mich nicht irre. Aber nur visuell. Ist ja schlimm genug schon. Oh. Da ist ein Schalter. Und hier sehen wir ein Puzzleteil. Das ist Grundtiefabrik. Ja, ich will da nicht hin. Zum Glück dauert es noch lange. Was bringt dieser Schalter? Toxic wächst. Ach, jetzt hört das wahrscheinlich auf. Na? Cool. Jollywatchers Lagune. Alles klar wieder. Beziehungsweise, es hört einfach auf. Bonkulüse. Gattet die Bär. Das ist unser Wasser. Kristallklar. Er hat Benjo gar nicht mal kennengelernt. Aber er weiß genau das. Kann nur ein Bär gewesen sein. Die Vogeldame ist da zu schlecht für. Ich habe die leise Befürchtung, dass das kein Jinjo ist. Das ist sondern ein bösartiger Minjo. Und leider hatte ich recht. Aber die Musik gefällt mir immer so gut. Achso. Das lohnt sich ja jetzt. Ging es hier wieder raus? Da ging es raus. Gut, dann hat sich das ja doch gelohnt. Jetzt haben wir den Schweinchen geholfen. Jetzt falle ich aus dem großen Ding raus. Genau. Und ich würde sagen, wir gucken mal, was sie jetzt noch wollen. Das sieht jetzt viel sauberer aus, danke. Aber das ist immer noch das Temperaturproblem, ja. Die wollen es wärmer haben, wa? Irgendwie so war das doch. Also müssen wir das auch noch irgendwie regeln. Wahrscheinlich von Grund die Fabrik aus. Jetzt gucken wir uns nochmal hier dieses Haus an. Und die beiden, die es hier noch gibt. Oder drei. Das ist ein sehr großes. Also es sind nur zwei insgesamt. Hier oben und eins da unten. Und dann gehen wir ins Wasser. Dann im nächsten Video. Bis dann.